Da meine neue Flosse leider noch nicht kam, habe ich spontan einen BH für meine andere Flosse gemacht. Dafür habe ich erstmal mit Acrylfarben den BH und die Muscheln angemalt. Dann habe ich mit E6000 Kleber erstmal ganz, ganz viele Steinchen und Perlen angeklebt. Und ebenfalls ein paar Perlen auf die Muschel, das fand ich ziemlich schön. Die normalen BH-Träger habe ich abgeschnitten und durch Stoff ersetzt. Den habe ich auch mit E6000 Kleber angeklebt und das ist das fertige Ergebnis. Wie gefällt es euch?